Da haben wir keinen Platz, aber egal. Ja, ist gut. Wir essen wieder was. Ich habe das Gefühl, eine Menge vergessen zu haben. Aha. Keine passende Schlüsselkarte. Gut. Ja, schon, klar. Du hast nicht zufällig... Nein. Aha, aha, aha. So. Ach, da drin ist die Schlüsselkarte. Ach, da drin ist die Schlüsselkarte. So. Ach, da drin ist die Schlüsselkarte. Wir hacken. Was? Ich habe sie gefunden. Ich hasse es. Ach, komm. Boah. Spiele und ihre Hacking. Ja. Die Schlüssel. Ah. Entschuldigung. Ach, komm. Fängt ja schon gut an. Was ist denn das? Ja. Ach komm, hör doch auf! Ach komm, hör doch auf! Ich brauche es ein bisschen besser. Ja. Na komm, das steht schon da. Ja, danke. Weißt du? Ach komm. Ach komm, hör mal auf jetzt! Egal. Bist du unten noch ganz, aber der ist auch kaputt. So, her damit. Leute! Big Bang Bon Bon und was ist das da unten? Was? Was? Auszug auf der – beadad when President Kennedy – äh, 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 äh ... Ja, Waffenabgrade, nicht genügend Platz. Dann würde ich sagen, wir machen das Ding da rein, schnappen uns das und benutzen es für Nachladegeschwindigkeit, komm. Und nehmen es wieder mit. So, und jetzt kommt es, Programme. Aha, Bereichskarte, Bereichskarte runterladen, das ist wichtig. Danke. Ja, Sicherheits-Tür. Was? Nein. Hä? Okay. Die brauchen wir nicht. Oh, immer gut. Gut. Also, weiter. Ja, das wird nicht gehen. Ähm... Ach, wir schauen einfach mal. Datenzentrale 83 Meter. Wow. Gar nicht mal schlecht. Wo ist die Leiche? So, jetzt können wir erstmal alles wieder weg essen, was wir haben. Weil der ja doch recht schäftig war. So, okay. Oh, super. Datenforschung. Technopath. Achso, er hat wenig gedacht, aber hier hat er eine Luft. Was? Nein, Schwächen. Elektrisch, Explosion, Psych-MP. Was habe ich denn jetzt gerade? So, dann gucken wir doch mal schnell. Das ist auch Quatsch. Hier rein. Neuromods. Energie. Wow. Die sind neu. Will ich nicht. Die habe ich doch schon, oder? Die habe ich noch nicht. Verwandeln. Ja, da geht ja auch einiges. Was ist das? Das für dich kämpft. Wow. Ne, das will ich alles nicht. Ne, 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 ne. Habe ich gar keine Lust. Datenzentrale 14 Meter. Und was ist das hier? Ja, ne. Hacken 4. Hacken 4. Ja, geh raus. Nein, ich. Darf ich bitte mal... immer her damit. Wow, wow, wow. Ey, das auf einfach, ne. Im Leben hätte ich das nicht geschafft, ne. Wir rennen mal hier noch ein bisschen rum. Duck Beer. Das nehmen wir. Ach, warum nicht? Ach, warum nicht? Weitere Proben benötigt. Ein Thermalfantum. Das wollen wir eigentlich nicht. Was sind wir? Was sind wir? Was sind wir? Was sind wir? Ich bin so gut. Woh. Woh. Alter Schwede. Wow. Wow, wow, wow. John F. Kennedy, bis 2031 gelebt, ja. Der ist, weil der nicht gestorben ist. So, ich will zur Datenzentrale. Na, was? Oh, das war vielleicht ein bisschen... Brücke. Was haben wir denn auf der Brücke zu tun? Oh mein Gott. Nein, Ziele. Ja, Datenzentrale, das ist die Hauptgeschichte. Maschinenlabor, ja. So, noch was, Shuttle-Doc, Kraftwerk, da ist nichts mehr. Da kommen wir jetzt nicht hin. Nicht ohne weiteres. Wir müssen also wohl zur Datenzentrale. So, egal, wir gehen mal zur Brücke. Einfach mal, um zu gucken, was passiert. Mimix, wo seid ihr? Ach komm, wir essen mal ein bisschen was. Erstmal Sachen, die einzeln da sind, um Platz zu schaffen. Na, Zigarren esse ich nicht. Hat die zwei noch? Ah, nicht gut. Äh, Duckbier hat Alkohol. Mhm. So. Ja, komm. So, dafür dürfen wir jetzt noch einmal Pommes essen. Brücke. Einfach mal schauen. Es gibt zwar nichts, was uns dorthin treibt, aber naja. Wir machen auch nur 20 Minuten, weil heute ist nicht so der Tag für Action-lastiges. Ich würde heute Abend ein bisschen streamen, was euch jetzt natürlich nicht interessiert, weil das ist vor vielen, vielen Wochen. Ähm, ja. Weil das hier jetzt eine reine Aufnahme ist, so. Mhm. Schwerframmisch. Weitere Proben benötigt. Was? Ähm, Moment. Alter. 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 So. Vermeile den Alptraum oder töte ihn. Oh Gott. Ich hätte das eigentlich nicht machen, äh, eigentlich hätte ich das nicht können dürfen. Denke ich mal. Das ist alles. Okay. Okay. Ah, ja. Ja. Nicht nötig. Alter Schwede. Ist hier noch irgendwas? Mhm. Puh. Oh, Fluchtkapseln. Das könnten wir natürlich tun, aber das wäre, glaube ich, nicht im... Okay. 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 Oh. Und. Ah? alles gut möglich aber ich habe mit einem tollen review also ja hallo penny der brach der ich ihn geschickt habe ist unterwegs